Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 3 und zum Thema Referenztypen. Es gibt vier Arten von Referenztypen in Java. Drei davon sehen Sie hier in der Themenleiste von Übungsblatt 3. Die vierte Art von Referenztypen, Enumerationstypen, nehmen wir gleich noch dazu. Aber zunächst einmal zur Erinnerung, natürlich spielen Referenztypen eine besondere Rolle in der Klausur. Hier noch mal als Beispiel die Frühjahrsklausur 2020, zum Beispiel in Form von Interface, in Form von Klassen, in Form von Arrays. Und das ist die Aufzählung aller vier Arten von Referenztypen in Java. Wir werden die jetzt noch mal einzeln durchgehen, aber vor allem jetzt das Gemeinsame betonen. Wir fangen an also mit Klassen. Und dieses Bild kennen Sie. Das ist im Prinzip konstituierend für Referenztypen, diese Aufteilung in eine Referenz, die nichts anderes enthält als die Adresse dann des zweiten Teils des Objektes, wo eigentlich die Attribute, wo eigentlich das Leben spielt. Diese Aufteilung gibt es nicht in primitiven Datentypen, sondern bei einer Variable vom primitiven Datentyp gibt es nur diese eine Speicherstelle mit dem Namen i in diesem Beispiel. Und da ist auch der ganzzahlige Datenwert enthalten. Bei Interface sieht es im Prinzip genauso aus wie bei Klassen. Brauchen wir nichts weiter dazu zu sagen. Auch bei Arrays sieht es im Prinzip genauso aus wie bei Klassen und Interfaces. Sie haben hier eine Referenz und ein Objekt. Genau dieselbe Unterscheidung, nur dass das Objekt bei Arrays vorstrukturiert ist, abhängig natürlich von der Anzahl der Komponenten, die Sie dem Array mitgeben wollen. Die sind alle vorreserviert hier und noch ein Speicherplatz, ein bisschen Speicherplatz für die konstante Length, in der die Anzahl der Komponenten abgelegt ist. Arrays müssen natürlich nicht nur von primitiven Datentypen sein, sondern können genauso gut von Referenztypen sein. Hier sehen Sie ein Beispiel davon noch einmal. Hier haben wir von der Klasse Robert ein Array mit drei Komponenten eingerichtet. Was wir bisher noch nicht so richtig thematisiert haben, ist, wenn Sie ein Array einrichten von einem Referenztyp, dann werden alle Komponenten mit dem symbolischen Wert NAR initialisiert, der ja andeutet, dass diese Referenzen nicht auf Objekte, nicht die Adressen von Objekten enthalten, nicht auf Objekte verweisen, sondern eben NAR sind. Und hier haben wir jetzt in diesem Beispiel für den Index 0 und den Index 2 jeweils ein Objekt, die Adresse eines Objektes zugewiesen. Das sehen Sie dann hier an diesen beiden Pfeilen von A0 und A2. Bei A1 haben wir gar nichts gemacht. Diese Komponente, diese Referenz hat weiterhin den Wert NAR. Wenn es also möglich ist, Arrays von Referenztypen einzurichten, Arrays sind ja auch wiederum Referenztypen, dann ist es natürlich auch möglich, Arrays von Arrays einzurichten. Hier haben Sie ein einfaches Beispiel für ein Array von Arrays von Datentyp Double. So können Sie sich das im Prinzip intern realisiert vorstellen. Wir richten hier in diesem Beispiel ein Array mit drei Komponenten ein und diese drei Komponenten sind drei Arrays vom Typ Double, jeweils durchaus mit unterschiedlicher Länge. Sehr häufig in Anwendungen sind die Arrays gleich lang. Dann redet man auch häufig von einer Matrix, Zeilenzahl und Spaltenzahl. Aber hier in diesem Beispiel, dieses Beispiel zeigt, dass die Arrays auch unterschiedlich lang sein können. Und hier sehen Sie dann auch jeweils, wie Sie auf die Komponenten dieser Arrays von Arrays von Double zugreifen können. Und das Ganze sehen Sie nochmal gesammelt jetzt in Java. Hier eine doppelte eckige Klammer, hier auch eine doppelte eckige Klammer, wobei Sie hier vorne in die erste eckige Klammer dann die Zahl eingeben müssen, die Anzahl der Komponenten des Haupt-Arrays, dieses Arrays, dessen Komponententyp Array von Double ist. Wie eben auch gesagt, werden alle Komponenten mit Null initialisiert. Und das heißt also, wenn wir tatsächlich wie im Bild eben Arrays haben wollen, dann müssen wir die entsprechend auch noch einrichten. Und hier sehen Sie nochmal, wie wir es eben im Bild auch schon gesehen haben, wie wir auf die einzelnen Komponenten in diesem Array von Arrays von Double zugreifen können. Es müssen auch hier wieder nicht primitive Datentypen sein, sondern genauso gut beispielsweise Robot. Da sieht das Bild genauso aus. Da können Sie zum Beispiel dann Methode Move aufrufen mit einer Komponente, dieses Array von Array von Robot. Bleiben noch die Enum-Typen. Das hatten wir bisher nicht thematisiert, aber die Enum-Typen, da hat man sich in Java, im Gegensatz zu vielen anderen Programmiersprachen entschieden, die nicht irgendwie separat in der Sprache einzuführen, sondern sie tatsächlich in die Klassenhierarchie einzuführen. Ganz konkret, es gibt eine Klasse mit Namen Enum in der Java-Standard-Bibliothek und wenn Sie einen Enum-Typ einrichten, dann ist das automatisch, da können Sie gar nichts dagegen machen, das wird automatisch so organisiert, das ist dann eine Klasse, die abgeleitet ist von der Klasse Enum. Das hat gewisse Vorteile, die hier in diesen Folien von der Vorlesung thematisiert werden, also insbesondere, dass Sie bestimmte Methoden von der Klasse Enum dann automatisch in Ihrem Enum-Typ haben. Das wollen wir hier nicht weiter in diesem kurzen Video thematisieren, das können Sie alles dort nachlesen. So kann man sich das dann vielleicht auch wieder als Referenz-Typ vorstellen und wie bei Referenz-Typen, wenn Sie eine Variable dieses Typs einrichten von einem Enum, dann können Sie entsprechend die Adresse von einem Objekt dieses Enum-Typs dann der zuweisen und bei einer Variable können Sie dann natürlich auch entsprechend dieser Referenz verbiegen. Bei einer Konstanten geht das nicht. Also Variablen oder Konstanten sind Referenzen. Bei Referenz-Typen enthalten nur die Adresse eines eigentlichen Objekts oder den symbolischen Werten A. Auch hier nochmal mit einer rein illustrativ gemeinten Klasse Groß X der Unterschied zwischen einem Referenz-Typ und einem primitiven Datentyp, wie wir es vor ein paar Folien auch schon an konkreteren Beispielen Klasse Robot gesehen haben. Wenn wir jetzt so etwas wie hier haben, mehrfach eine Referenz und ein Objekt einrichten, dann ergibt sich im Prinzip dasselbe Bild, nur entsprechend dupliziert. Wir haben entsprechend mehrere Referenzen und mehrere Objekte, die nichts miteinander zu tun haben. Das Attribut hier X, das Attribut hier X, haben den gleichen Namen, lassen sich mit dem gleichen Namen X ansprechen, aber sind zwei verschiedene Speicherstellen, die unabhängig voneinander sind, deren Inhalte unabhängig voneinander modifiziert werden können. Eine etwas andere Situation, die wir bisher noch nicht betrachtet haben, die aber sehr häufig in Java-Programmen vorkommt, ist diese hier. Wir haben erst einmal eine Referenz und ein Objekt eingerichtet, hier etwa. Und irgendwann sind wir an irgendeiner Stelle, wenn wir irgendeine Stelle weit später vielleicht programmieren, sind wir dann dort der Meinung, dass wir dieses Roboterobjekt nicht mehr brauchen, sondern ein anderes, ein neues Roboterobjekt, und das wäre gut und gerne, da wir das alte nicht mehr brauchen, gut und gerne dann MyRobot dieselbe Referenz wiederverwenden können, um statt auf das alte auf das neue zu verweisen, was einfach mit dieser Zuweisung geht. Von dieser Zuweisung an verweist MyRobot eben nicht mehr auf das eine Robotobjekt, sondern auf das andere Robotobjekt. Und wenn wir nicht irgendeine andere Referenz dann hier drauf haben, verweisen lassen, dann heißt das, dieses erste Objekt ist von unserem Programm aus überhaupt nicht mehr erreichbar, nicht mehr ansprechbar. Wir werden zum Ende dieses Videos sehen, was das konkret bedeutet. Stichwort Garbage Collector. Eine noch etwas andere Situation sehen Sie hier. Wir haben nur ein Objekt eingerichtet und zwei Referenzen. Und durch diese Zuweisung hier verweisen jetzt beide Referenzen auf das Objekt, enthalten dieselbe Adresse, die Anfangsadresse dieses Objektes. Und in dem Fall sind die beiden Referenzen natürlich nicht mehr voneinander unabhängig. Wir haben ja nur ein einziges Objekt da. Wenn wir beispielsweise einen Move machen, da ist ja nur ein Roboter mit Attributen x, y, Direction und so weiter. Und da wird natürlich dieser eine Roboter entsprechend modifiziert. Dessen Attributwerte werden dann modifiziert. Und zwar vollkommen egal, ob wir dieses Objekt jetzt über die eine Referenz oder über die andere Referenz angesprochen haben. Es ist immer dieses eine Roboterobjekt, das Sie in der World dann auf dem Bildschirm sehen, das dann in Blickrichtung einen Schritt vorwärts gemacht hat. Wenn wir uns nochmal dieses Bild hier vor Augen führen, zwei Objekte und zwei Referenzen, dann stellt sich die Frage, unter welchen Umständen eigentlich dieser Test auf gleicher True und unter welchen Umständen er False zurückliefert. Und hier sehen Sie in diesem Folie den fraglichen Fall, nämlich, dass wir keine Objektidentität haben. Also wir reden hier von zwei verschiedenen Objekten, aber Wertgleichheit. Die Attribute sind hier alle gleichgesetzt. Und Sie sehen hier die Antwort auf die Frage, Wertgleichheit allein reicht nicht, damit der Test auf Gleichheit mit dem Operator gleich gleich True liefert, sondern es muss wirklich Objektidentität sein. Nur dann, also die beiden Adressen, die beiden Inhalte der beiden Referenzen, Robby 1 und Robby 2, werden tatsächlich miteinander verglichen. Und nur wenn die gleich sind, gibt der Test auf Gleichheit True zurück. Wir brauchen einiges jetzt an Begriffsbildung für die weitere Arbeit mit Referenztypen in diesem Video und auch anderswo. Der erste Begriff, dem wir uns widmen müssen, ist der Begriff Subtyp. Der ist, wahrscheinlich gar nicht so schwer, aber wenn man das genau nimmt, dann kommen halt so ein paar verschiedene Fälle dabei heraus. Bei Klassen ist das noch sehr einfach und übersichtlich. Wenn ich von einer Klasse eine andere ableite, dann ist das ein Subtyp und umgekehrt die Basisklasse nennt man auch häufig Supertyp. Aber wenn ich von einer Klasse eine ableite, davon wieder eine ableite, davon wieder eine ableite, davon wieder eine ableite, beliebig häufig, dann sind das auch alles Subtypen dieser ursprünglichen Basisklasse. Also alles, was indirekt oder indirekt mit Extens von einer Klasse abgeleitet ist, das sind Subtypen dieser Klasse. Bei Interfaces gibt es zwei Wege, wie wir Subtypen erzeugen können. Einerseits eben über Implements. Eine Klasse, die ein Interface implementiert, ist ein Subtyp dieses Interface. Und alle Subtypen dieser Klasse sind dann auch Subtypen dieses Interface. Andererseits kann man ein Interface ja auch erweitern zu einem anderen Interface. Das ist auch ein Subtyp. Und alle Interfaces, die dann indirekt auch erweitert werden, sind auch wieder Subtypen. Und wenn dann von einem solchen erweiterten Interface eine Klasse da ist, die das implementiert, ist auch ein Subtyp des ursprünglichen Interfaces. Beim Array richtet sich die Subtypeigenschaft nach dem Komponententyp. Wenn bei zwei Arrays, bei zwei Array-Typen der eine Komponententyp ein Subtyp vom anderen ist, dann ist auch der Array-Typ ein Subtyp vom anderen. So, wichtig ist, warum sind Subtypen wichtig? Subtypen sind wichtig, weil man überall da ein Subtypen einsetzen kann, wo eigentlich der Supertyp erwartet wird. Das haben wir häufig jetzt schon gesehen bei Zuweisungen. Wir haben es auch schon gesehen bei Parametern oder Rückgaben. Ja, der aktuelle Parameter-Typ kann ein Subtyp vom formalen Parameter-Typ sein bei Referenz-Typen, natürlich nicht bei primitiven Datentypen. Und bei Rückgaben ist es so, dass die aktuelle Rückgabe, der aktuelle Rückgabewert tatsächlich ein Subtyp des formalen Rückgabetyps sein kann. Nächste Begriffsbildung ist statischer und dynamischer Typ einer Referenz. Hier haben wir die Referenz A in diesem kleinen Beispiel und der statische Typ ist ganz einfach dieses X. Dieser Typ, der hier vorne weg steht, der kann im Laufe des Programms für diese Referenz A nicht mehr verändert werden. Also macht es Sinn, den statisch zu nennen. Da kommt die Begriffsbildung zustande. Der Typ des Objektes hingegen, auf das diese Referenz verweist, dieser Typ kann sich ändern im Laufe des Programms, wie Sie hier sehen. Das ist der dynamische Typ. Null hat formal auch einen Typ. Und das heißt also, wenn die Referenz auf Null ist, dann hat sie formal auch einen dynamischen Typ. Diese Unterscheidung zwischen statischem Typ und dynamischem Typ ist wichtig, um jetzt etwas gründlich zu verstehen und im Gedächtnis zu behalten, was wir schon mehrfach an verschiedenen Stellen gesehen haben. Wenn Sie die Situation haben, dass der statische Typ und der dynamische Typ unterschiedlich sind, wonach entscheidet sich das denn, was Sie alles machen dürfen mit dieser Referenz? Also welche Attribute Sie eigentlich ansprechen dürfen, lesen oder schreiben, welche Methoden Sie aufrufen dürfen? Und wenn Sie eine Methode aufrufen dürfen, wonach entscheidet sich das, wenn es mehrere Implementationen dieser Methode gibt, woran entscheidet es sich dann, welche dieser Implementationen tatsächlich ausgeführt wird? Und hier sehen Sie auf dieser Folie die Antwort darauf. Und das Ganze vielleicht nochmal anhand von skizzenhaften Beispielen, die wir schon hatten in anderen Videos in entsprechenden Foliensätzen zur Vorlesung. Wir haben hier den Fall, Slowmotion Robot war indirekt abgeleitet von Robot. Also statischer Typ und dynamischer Typ sind unterschiedlich. Und wir haben bei Slowmotion Robot eine Methode TurnRight, die wir in Klasse Robot noch nicht haben. Wenn ich jetzt also mit statischen Typ Rob hier operiere, dann kann ich mit Rob die Methode TurnRight nicht aufrufen, weil sie im statischen Typ Robot noch nicht enthalten ist. Das ist also hier verboten. Die anderen Methoden, die schon in Robot enthalten, schon definiert sind, Move, TurnLeft, HasAnyCoins und diverse andere, die darf ich hier verwenden. Aber hier sehen Sie dann auch schon HasAnyCoins ist nicht überschrieben worden von Slowmotion Robot, ist also vererbt worden von Robot über die Zwischenklasse SimTurner, die es da noch gab zu Slowmotion Robot. Das heißt also, es wird HasAnyCoins von Robot aufgerufen. Es gibt ja gar keine andere Implementation dieser Methode. Bei Move und TurnLeft ist die Situation anders. Die haben wir in Slowmotion Robot überschrieben. Die werden also nicht mehr von Robot ererbt, sodass also hier dann am dynamischen Typ, also am Typ dieses Objektes, von dem ja auch sich her ergibt, wohin dieses anonyme Datenelement hier verweist, auf die Daten von Slowmotion Robot eben. Und da sind dann die Anfangsadressen der Implementation von Move und von TurnLeft, von Slowmotion Robot drin. Am dynamischen Typ entscheidet es sich, welche Methode hier tatsächlich aufgerufen wird über diesen Mechanismus, den wir jetzt schon mehrfach gesehen haben, mit der Methodentabelle, in der eben entweder vererbt wird, wenn nicht überschrieben worden ist, oder wenn eben überschrieben worden ist, die entsprechende andere Implementation eingesetzt wird. Hier nochmal ein Beispiel für statischen, dynamischen Typ. Diesmal im Fall von Interfaces, aber es ist immer dasselbe eigentlich. Hier, denn der statische Typ ist eigentlich nur hier relevant. Der statische Typ ist dieses Interface, was wir hatten, Pac-Man-Strategy. Und als dynamischen Typ hatten wir einmal Pac-Man-Strategy 1 und Pac-Man-Strategy 2. Und so dass also in dem Objekt jeweils von diesem dynamischen Typ in dem anonymen Datenelement dann verwiesen wird auf die Daten zu Pac-Man-Strategy 1 bzw. 2, Methodentabelle, eine entsprechende Implementation von der einzigen Methode, die wir hier hatten. Die Implementation einmal von dieser Klasse und einmal von dieser Klasse. Auch hier wieder ein Beispiel dafür. Über diesen Mechanismus wird gewährleistet, dass tatsächlich die Implementation ausgewählt wird, gemäß dynamischem Typ. Das macht es auch möglich, solche Konstellationen wie hier zu haben. Wir haben hier eine abstrakte Klasse Groß X und davon abgeleitet eine nicht mehr abstrakte Klasse Groß Y. Abstrakt hier deshalb, weil die Methode M1 abstrakt ist. Aber hier ist diese Methode implementiert, sodass sie also tatsächlich als Implementierung vorhanden ist. So, wenn wir jetzt hier die Situation haben, statischer Typ Groß X, dynamischer Typ Groß Y, dann ist es problemlos möglich, diese Methode aufzurufen, denn sie ist ja schon in der Klasse Groß X definiert. Wir dürfen sie also aufrufen. Welche Implementation wird gewählt? Die vom dynamischen Typ, also von Groß Y, die hier und die ist tatsächlich vorhanden. Das heißt also, hier geht nichts schief. Es wird eine Methode aufgerufen, die tatsächlich implementiert ist. Wir hatten auch schon bei abstrakten Klassen gesehen, wir könnten kein Objekt von Typ Groß X einrichten, weil Groß X abstrakt ist. Und hier sehen wir auch nochmal, warum das wichtig ist, dass wir das nicht tun dürfen. Denn die Methode M1 dürften wir ja aufrufen, ist aber in Groß X nicht implementiert. Und wenn der dynamische Typ Groß X ist, dann wird eben diese nicht implementierte Methode, diese nicht implementierte Implementation von M1, wenn man so sagen will, angesteuert. Und das geht natürlich nicht. Bei Referenztypen gibt es eine Möglichkeit, doch vom Basistypen wieder auf einen Subtypen zurückzukommen. Das sehen Sie hier einfach an diesem kleinen Beispiel. Sie sehen hier eine ganz kleine Hierarchie von ein paar Klassen. Wir nehmen jetzt hier nur Klassen, das würde mit anderen Referenztypen, insbesondere mit Interfaces, im Prinzip genauso gehen. Und Sie sehen jetzt hier ein paar Referenzen, die alle denselben statischen Typ haben, aber unterschiedliche dynamischen Typen. So, was Sie jetzt im Prinzip hinschreiben können, ist ähnlich wie bei Konversionen, wie bei expliziten Konversionen bei primitiven Datentypen. Es ist von der Logik auch sehr ähnlich, können Sie hinschreiben, angewandt auf eine solche Referenz, in Klammern der Zieltyp, liefert dieselbe Adresse wieder zurück, aber jetzt einfach von einem anderen Typ, nämlich von dem Typ, den Sie hier in runde Klammern geschrieben haben. Und das funktioniert problemlos, zum Beispiel in dieser ersten grünen Zeile, denn klein b hat dynamischen Typ B1. Das Objekt ist also vom Typ B1 und kann daher problemlos auch von einer Referenz vom Typ B1 angesprochen werden. Ja, also statischer Typ und dynamischer Typ von X wären in diesem Fall, in diesem ersten grünen Zeile dieselben. Bei den beiden anderen grünen Zeilen wäre die Situation leicht anders, aber immer noch korrekt, denn hier wären der dynamische Typ jeweils ein Subtyp des statischen Typs. Das funktioniert weiterhin, es ist keine Lücke im System. Die beiden roten Zeilen könnten Sie genauso gut hinschreiben wie die grünen Zeilen. Das geht problemlos durch den Compiler durch und dann wird das Programm halt laufen gelassen. Nur in der Laufzeit des Programms wird dann das Laufzeitsystem einen Programmabbruch machen mit einer Fehlermeldung, dass eben statischer und dynamischer Typ nicht mehr zusammenpassen. Dass der dynamische Typ nicht mehr gleich dem statischen oder ein Subtyp davon ist, da wäre eine gefährliche Lücke, die wird nicht erlaubt, dafür wird das Programm dann eben der Prozess abgebrochen. Später im Kapitel zur Fehlerbehandlung, speziell Exceptions, werden wir sehen, dass das nicht unser Schicksal sein muss, sondern dass wir tatsächlich durchaus solche Abbrüche durch Fehlerbehandlung vermeiden können. Aber speziell hier bei Downcast gibt es auch noch eine elegantere Möglichkeit, um von vornherein zu verhindern, dass wir in so eine rote Situation kommen, dass wir den Downcast also nur durchführen, wenn wir so eine grüne Situation haben. Nämlich durch den Operator InstanceOf, der ist binär, der hat eine Referenz und einen Typ als die beiden Operanten und liefert, wie Sie sich denken können, True zurück in diesen grünen Fällen. Also wenn der dynamische Typ hinter der Referenz tatsächlich gleich dem hier angegebenen Typ ist oder ein Subtyp davon, wenn also der Downcast funktionieren würde und ansonsten würde False zurückgeliefert werden. Das heißt also auf die Art und Weise, indem Sie, wie in all diesen fünf Fällen gezeigt, indem Sie diese Abfrage vorne wegschalten, können Sie verhindern, dass Sie in einen roten Fall hineinkommen. Warum will man einen Downcast haben? Eben wegen dieser Einschränkung. Der statische Typ entscheidet darüber, welche Attribute und welche Methoden Sie dann tatsächlich ansprechen können. Hier ein kleines Beispiel. Sie haben ein Attribut und eine Methode, die noch nicht in der Basisklasse definiert sind, der Einfachheit halber, damit das Ganze nicht zu kompliziert wird, dieses Beispiel, beide wieder Public. Und mit einer Referenz von Klasse A können Sie darauf nicht zugreifen, denn Sie sind nicht in A definiert. Wenn Sie unbedingt darauf zugreifen wollen, dann können Sie eben einen Downcast machen und können dann mit statischem Typ B, mit dieser Referenz klein y, dann tatsächlich darauf zugreifen. Die Subtyp-Relation bei Arrays, hatte ich schon gesagt, die geht nach den Relationen auf dem Komponententyp, sodass Sie hier so etwas Ähnliches machen können, wie wir es bei Klassen und Interfaces gesehen haben. Wenn der Komponententyp hier ein Subtyp ist, wenn der dynamische Typ Array von y ist, der statische Typ Array von x ist, dann können Sie das machen. Und dann können Sie hier auch dann tatsächlich beispielsweise aus diesem Array von y einen Wert von x herauslesen. Ist auch kein Problem. Hier ist ein y oder Subtyp von y dahinter. Statischer Typ ist x. Das passt. Es bleibt noch jetzt zu sehen, wir haben ja immer Klassen voneinander abgeleitet. Aber was ist denn mit einer Klasse, die nicht explizit abgeleitet ist von einer anderen Klasse? Und die Antwort in Java, im Gegensatz durchaus zu vielen anderen Programmiersprachen, ist die, es gibt nur eine einzige Klasse in Java, die nicht von einer anderen Klasse abgeleitet ist. Und das ist sozusagen die Superklasse von allen Klassen, die Basisklasse von allen anderen Klassen, die direkte oder indirekte Basisklasse. Wenn wir explizit von einer anderen Klasse ableiten, dann wird diese Hierarchie, die ihre Wurzel in Klasse Object hat, hier an dieser Stelle eben erweitert. y ist direkt oder indirekt von Object abgeleitet, x damit dann auch. Wenn Sie hingegen gar nichts hinschreiben, von welcher Klasse jetzt diese Klasse Z abgeleitet sein soll, dann wird automatisch eingesetzt, das hier ist dasselbe, als wenn Sie hinzugeschrieben hätten, Extents Object. Das heißt also, Sie kommen aus dieser Hierarchie, die bei Object ihre Wurzel hat, nicht heraus. Diese Klasse Object hat schon einige Grundfunktionalitäten, zum Beispiel Test auf Gleichheit, zum Beispiel die Möglichkeit, eine Stringrepräsentation eines Objektes einer Klasse zu erstellen. Diese Methoden wird man immer, eigentlich praktisch immer, überschreiben in Klassen, die man abgeleitet hat, direkt oder indirekt von Klasse Object. Das sehen wir uns nur an diesem einen Beispiel an. Sie haben hier eine Klasse Groß X mit ein paar Attributwerten und einem möglichen anderen Stoff, den Sie noch da drin haben. Also keine weiteren Attribute, sondern noch irgendwelche weiteren Methoden, die uns hier nicht weiter interessieren. Und Sie wollen die Methode ToString von Klasse Object, die wollen Sie überschreiben, so dass jemand, der bei einem Objekt ihrer Klasse Groß X dann die Methode ToString aufruft, etwas Vernünftiges rausbekommt. Und das könnte zum Beispiel so aussehen. Sie erinnern sich daran, dass die Klasse String die Möglichkeit bietet, Konkatenation auszudrücken durch Operator Plus. Sodass hier, was Sie hier eigentlich sehen, ist die Konkatenation eines Strings aus einzelnen Strings und Werten von primitiven Datentypen zu einem sinnvollen Ganzen. So ungefähr wäre ein typisches Beispiel dafür, wie man die Methode ToString von Klasse Object dann für eine eigene Klasse dann selber implementieren würde. So, ich hatte es schon kurz erwähnt, Garbage Collector, wenn ein Objekt nicht mehr erreichbar ist durch Ihr Programm, weil es keine Referenz in Ihrem Programm mehr gibt, die auf dieses Objekt irgendwie verweist, und sei es auch indirekt über Zwischenobjekte mit Referenzen als Attributen darin, dann wird dieses Objekt irgendwann mal wieder einkassiert. Die Komponente des Laufzeitsystems, die das tut, nennt sich Garbage Collector, also ein sehr sinnvoller Name. Denn alles, was Sie nicht mehr erreichen können an Objekten, was aber noch reserviert ist, das kann man als Müll bezeichnen, wenn man da hartgesotten ist. Und dieser Müll wird dann irgendwann aufgesammelt. Irgendwann erwacht der Garbage Collector zum Leben und sammelt dann die einzelnen reservierten, aber nicht mehr erreichbaren Speicherplätze ein, um sie dann wieder für andere Objekte wiederverwenden zu können. Der Garbage Collector ist übrigens einer der Gründe, warum Java jetzt nicht so ohne weiteres echtzeitfähig ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Programm in Java geschrieben, das jetzt für die Kollisionsberechnung bei Flugzeugen, wenn auf dem Radar ein anderes Flugzeug auf Kollisionskurs zu sehen ist und der Computer berechnet jetzt den Ausweichkurs, und ausgerechnet im Moment wacht der Garbage Collector auf und fängt an, seine Arbeit zu tun, sodass also die garantierte Antwortszeit zur Kollisionsvermeidung von vielleicht einer Millisekunde nicht mehr eingehalten werden kann. Das wäre ungeschickt. So, damit ist das Video zu Ende. Bis zum nächsten Mal.